It's a me, Solinkario. Schön, dass ihr dabei seid. Hier bei meinem Let's Play zum Mario Kart Nummer 8. Los geht's. Lucky two, los. Ich vermassle immer, wenn ich den Part starte, meinen Turbo start, oder? Ja. Und hallo Tim, ich grüße dich. Habt ihr gerade gesehen in der Lobby. Sei es herzlich willkommen. Lass mich bitte vor, ich bin schlecht. Dankeschön. So, ich hab ja im letzten Part angeteasert, dass dieser Samstag der Community, oder der, ja, doch, doch, der Community Livestream ein wenig anders wird. Ja, er wird anders. Wie anders? Ganz anders. Es wird spektakulär. Ja gut, das ist ja jetzt übertrieben. Aber es wird was, oh, das war rechtzeitig die Greenshare hinter mir, hinter meinen Hintern gezogen. Und zwar, wie einige von euch ja vielleicht wissen, bin ich privat bei Facebook in so einer Gaming-Gruppe. Ja, es gibt ja ganz viele Gaming-Gruppen auf Facebook und so weiter. Und ich bin da in einer Gruppe, die, ähm, wow, sich, ja, die ist keine Standard-Gaming-Gruppe. Das sind wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen, Profis, die sich auch richtig krass mit der Materie auskennen. Und dort wird immer dann über Neuankündigungen und über Spiele diskutiert und dort finden dann auch immer, äh, kleine Events statt. Ja, nicht unbedingt Gewinnspiele, aber sowas halt dergleichen. Die Gruppe existiert auch schon seit Jahren. Früher war das so eine Art Forum. Äh, dann aber dank Facebook hat man sich dann dazu entschlossen, weil es ja einfacher ist. Das ist ja jetzt nicht unbedingt wegen der Übersichtlichkeit, aber man kann einfacher miteinander kommunizieren. Hat man sich dazu entschlossen, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Ich selber bin Mitglied seit zwei bis drei Jahren und dort sind auch richtig krasse Sammler. Also sie haben wirklich, teilweise haben die komplette Kellerräume voll mit Nintendo-Zeug. Richtig die alten Nintendo-Vitrinen und so weiter. Und ja, in dieser Gruppe fühle ich mich wirklich pur de wohl. Bin halt seit zwei oder drei Jahren drin. Ach, gib mir doch das Roulette-Ding hier. Wieso machst du das nicht zu Ende? Und momentan, äh, ja, da ist halt immer, ich sag mal, so eine kleine Pause, was gemeinsame Spiele, Spiele, Spiele-Sessions angeht. Normalerweise soll man da auch immer gemeinsam spielen und so weiter. Aber die Gruppe, ja, kommt da halt nie so zu, sondern hat sich halt irgendwie da so festgehangen. Nenne ich das Ganze jetzt mal. Festgang ist auch der falsche Ausdruck dafür. Aber lieber gemeinsam zu diskutieren, als gemeinsam zu zocken. So, und der Gruppengründer hat jetzt, ja, ein Gewinnspiel gestartet. Man soll doch bitte Veranstaltungen erstellen und dass mal wieder ein bisschen Leben da in die Gruppe kommt. Dass man vielleicht mal gemeinsam spielt und so weiter. Und da dachte ich mir, gut, äh, den Gewinn, das ist so ein Code, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ne? Aber ist so eine gute Idee. Und da kam mir nämlich dann der Geistesblitz. Und jetzt passt auf. Jetzt ist das erste Renn vorbei und ich bin immer noch nicht zum Punkt gekommen, ne? Achtung, meine Freunde. Diesen Samstag wird's groß. Und zwar hab ich gesagt, gut, meine Freunde, äh, bei Facebook. Ich bin ja privat mit meinem privaten Account drin. Ha, 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 ha. Aber ich bin da nicht mit meinem richtigen Namen angemeldet. Ist ja klar, ne? Ähm, seit zwei, drei Jahren. Ich hab meinen Namen sowieso auf Facebook mal geändert. Also ihr werdet mich, selbst wenn ihr meinen richtigen Namen willst, da gar nicht finden können. So, und da bin ich dann hingegangen. Viel Glück wünsche ich dir auch, Tim. Und hab gesagt, gut, wir machen diesen Samstag eine Veranstaltung. Ich bin sowieso immer jeden Samstag ab 19 Uhr bei Hitbox oder auf Hitbox am Streamen. Hab da immer sogenannte Community-Events. Und diesen Samstag macht die Gruppe mit, meine Freunde. Das sind 150 Mitglieder. Wovon aber momentan nur, ich glaube, vier oder fünf Zusagen sind, wo wir da beim Kernpunkt sind. Äh, die diskutieren da immer eher, als dass sie wirklich aktiv spielen. Ist ja auch nicht schlimm. Ähm, auf jeden Fall steht diese Veranstaltung, die ich dort gegründet hab, unter dem Stern. COW, so ist die Gruppe, abgekürzt, meets Karius Community oder Silinkarius Community. Und einige von denen werden nämlich auch diesen Samstag, hoffe ich zumindest, dann bei dem Livestream mit dabei sein. Ihr wisst ja, mittendrin, statt nur dabei ist meine Devise. Und die werden auch fleißig mitzocken. Wahrscheinlich werden mehr mitzocken, als hinterher schlussendlich beim Livestream dabei sind. Aber, das soll den ganzen Jahr keinen Abbruch tun. Wir werden diesmal einige mehr werden. Und, ja, wie läuft denn das jetzt mit der Abstimmung? Das bleibt alles beim Alten. Ich hab dort eine Umfrage erstellt, mit welchem Spiel wir dann bitte starten sollen. Aber wir starten diesmal nämlich nicht direkt mit Super Mario, äh, Borse Lost Levels. Mal wieder nicht, ja. Keine Sorge, das wird aber noch kommen. Und ich muss mal nach vorne. Platz 9 ist nicht so das Grüne vom Schnitzel. Was? Ja, ist schimmlich. Was? Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, hab da eine Umfrage dementsprechend gestellt. Hier, womit wollen wir dann starten? Und, wow. Hoffe jetzt einfach mal, dass ich diese Umfrage auch beantworten. Sodass ich dann hinterher die Stimmen auswerten kann. Wir werden um 19 Uhr, also 18.30 Uhr, starte das Ganze ja wieder. Wisst ihr ja, kennt ihr ja schon. Wieder auf Hitbox. Link dazu, wie immer in der Videobeschreibung. Und dann öffne ich direkt bei Stream Beginn, Paul, oder bevor es losgeht. Also gegen 18.30 Uhr starte ich direkt mit der Abstimmung. Oder 18.40 Uhr. Und um 19.00 Uhr oder 19.10 Uhr ist sie dann zu Ende. Und dann gucken wir, womit wir starten. Zählte stimmen dann bei der Gruppe auch nochmal zusammen. Und dann kicken wir mal. Dann spielen wir alle gemeinsam Splatoon. Ich habe schon auf Twitter gelesen. So, Jenny spielt mit. Nein. Nein, 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 nein. Da ist, deute ich mal ganz vorsichtig, eher Richtung 500-Abo-Special. Mhm. Das wird etwas ganz Besonderes, meine Freunde. Ich habe mir da was Schönes überlegt. Aber bis es soweit ist, müssen wir uns, denke ich mal, noch ungefähr ein halbes Jahr gedulden. Vielleicht auch ein bisschen länger. Man setzt sich ja selber, sage ich mal, immer so Ziele. Ja, wenn ich das hier jetzt nicht erreiche, bin ich nicht niedergeschlagen. Finde es ein bisschen schade halt. Äh, aber ich habe es ja auf Twitter gepostet. Die Hälfte von unserem Jahrestiel oder von meinem Jahrestiel haben wir es geschafft. Äh, ja, und wenn es dann nicht wird, dann halt nicht. Aber man darf ja optimistisch bleiben. So. Und diesen Samstag dann. Ja, wie gesagt, die Gruppe macht mit. Einige werden dabei sein, nicht viele. Ja, wie gesagt, die Gruppe hat über 150 Mitglieder. Inzwischen früher waren es 80, 90. Die wächst momentan ein bisschen. Äh, aber wie es halt ist bei solchen Facebook-Gruppen. Ähm, es gibt halt immer eine Handvoll Aktive. Die anderen, die sind da einfach nur so drin. Und sind wahrscheinlich auch noch in 37 anderen Gruppen drin. Sodass natürlich dann alles andere ein bisschen immer untergeht. Ähm, aber ich denke mal, so 3, 4, 5, 6, 7, 8 werden vielleicht mitmachen. Vielleicht auch ein paar mehr. Andere haben, äh, vielleicht. Haben vielleicht keine Zeit, haben sie gesagt. Äh, wir können gespannt sein. Ja? Also, es sind auch richtige Gaming-Nerds. Die sind stellenweise auch richtig gut. Also, ich habe da so zwei, drei im Auge. Die sind in Mario Kart 8 richtige Profis. In Splatoon. Eher weniger. Na, da sind dann wieder andere gefragt. Aber einige sind in Mario Kart 8 richtig gut drauf. Richtig krass unterwegs. Weil wir haben früher mal bei Release Mario Kart 8 zusammengespielt. Und die waren da schon so gut. Und auch vor kurzem mal wieder als der DLC... Entschuldigung. Als der DLC rausgekommen ist, haben wir auch wieder ein paar Runden gedreht. Und die waren auch wieder so gut. Wo ich schon dachte, ey, ich bin ganz richtig krass. Nö. Also, sowieso nicht. Was bilde ich mir ein. Aber die waren richtig gut unterwegs. Und ich freue mich darauf, dass sie dabei sind. Na, ich hoffe nur, wie gesagt, dass einige dann auf dem Stream dabei sind. Musste man halt erstmal mit warm werden. Die kennt das ja vielleicht noch nicht. Ihr seid da so gesehen schon. Die alten Hasen. Ihr kennt... Ich glaube... Schlechter kann man nicht runterfallen. Na, Lometer. Jetzt kriegen wir dann ja ein Banzai-Büll. Kurz warten. Hier, kurz warten. Nicht, dass einer einen Stern hat. Jetzt. Äh, ein Blitz. Komm. Keiner am Blitz. Schade. Achso, ich bin sogar letzter. LOL. Ich bin ja sogar letzter. Ach, wir sind gerade Uhr 8 oder was? Achso. Ja, und die kennen das ja noch nicht so mit dem gleichzeitig Zocken und den Livestream dabei gucken. Ist für einige ja noch Neuland wie das Internet. Nur andersrum. Nämlich rechts rum, links rum und geradeaus. So. Und ich freue mich einfach wahnsinnig auf dieses Community-Event, weil... Ja, das wird nicht so Standard. So, ihr seid nicht mittendrin, sondern alle sind mittendrin. So nenne ich das mal. So. Wow. Und wenn jetzt wieder Fragen aufkommen. Jupp. 18.30 Uhr ist wieder Beginn. Wieder mit ein bisschen Musik. 19 Uhr startet dann das eigentliche... Oder der eigentliche Livestream. Aber ich finde, die Musik immer... Habe ich ja letzte Woche schon erzählt. In dem MarcoCut8-Part. Ja, Splatoon war es, glaube ich. Immer sehr schön zum Reinkommen. Und ich habe mir dann selber... Setzt meistens selber meine Kopfhörer auf. Hören wir die Musik an. Und kriege dann mal richtig gute Laune. Ne? Ich finde so, das ist immer gute Launemusik, die ich da spiele. Das macht immer voll viel Bock. Und... Wow. Bin zwar ab und zu dann natürlich auch noch kurz weg. Eben was anderes. Trinken organisieren und so weiter. Wow. Aber... Wie oft sage ich wow? Kann man nicht mal zählen? 18 Mal diesen Part? Wow, 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 wow. Jetzt hat er nicht mehr mitbekommen. Hätte das jetzt im Schnittprogramm noch ein bisschen schneller machen müssen. Ah, ey, 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 ey. Shy Guy. Ah, Platz 4. Damit kann ich leben. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wieder alle von euch mittendrin sind. Letztes Mal bei Hitbox waren wir ja gut, wäre ja gut dabei. Stream war diesmal ein bisschen kürzer, nur bis 21.30 Uhr, weil irgendwann ist mir mittendrin so... Ja, weiß ich auch nicht, weil irgendwie alles blöd auf einmal. Keine Ahnung, das kennt ihr ja vielleicht. Auf einmal seid ihr so voll und dann ist irgendwie alles kacke. So, aber ich bin richtig motiviert diesen Samstag. Es wird richtig bombastisch. Und danach der Community Livestream. Danach die Woche Samstag. Wird wieder was anderes. Weil ich habe mir da schon eine Kleinigkeit überlegt. Nichts Großes, aber es soll ja auch für euch interessant bleiben. Ihr steht weiter in dem Mittelpunkt. Gar keine Sorge, gar keine Frage. Aber eine klitzekleine, kleine, kleine Mietewizigkeit wird es da geben. So, und wir spielen jetzt als Super Nintendo Regenbogenboulevard. Und Tim ist immer noch da. Und Pumbarumba, wieso danke? 19.000 Punkte. 19.366. Voll heftig, oder? Wieso ist er in diesen Raum reingekommen? Na gut, okay. Soll uns erstmal egal sein. Will er nicht? Fehle bei... Doch, danke. Ich dachte schon. Fehle bei der Seitenubertragung. Mag ich ja total. Mag ich ja total. So, und dann. Das werde ich aber auch nochmal in dem Mario Kart 8 Part ansprechen. Äh, in dem Mario... Ja. Ach, Silinkario. Du bist einfach... Ich weiß, ich bin einfach... Ich bin ein Steak. Durchgekloppt bis zum Weichwerden. Ne, ich wollte mich einfach nochmal... Ich werde das, wie gesagt, in dem Mario Maker Part nochmal ansprechen. Äh... Ja... Mehr oder weniger entschuldigen. Doch. Kann man ruhig so sagen. Weil ich habe mich ja ein bisschen darüber beschwert, über die Level, die ich da bekommen habe und so weiter. Und das ist euch gegenüber einfach total nicht fair gewesen. Ihr habt das jetzt wirklich super gut aufgenommen. Das für... Das zeigt erstmal, wie klasse ihr seid. Wie klasse meine Community einfach ist. Dass ihr alle das aufgenommen habt und sagen könnt, ey, können wir verstehen und so weiter. Dafür einfach nochmal ein fettes, fettes Wow und Dankeschön auch an euch. Dass ihr das wirklich so gelassen aufgeht und verständnisvoll auch... Äh, Red Shell. Verständnisvoll. Ja, die Rache der Red Shells ist mein. Schade, er hat selber eine. Oder hatte eine der Tata. Und das zeugt einfach davon, wie klasse meine Community ist. Und ja, weil ich bin da ja ein bisschen... Ja, ich habe mich gewaged, aber ich fand es halt ein bisschen... Äh, ich habe hier 35 Minuten gerade verschwendet und so weiter. Und der nächste Mario Maker Part, meine Freunde, wird wieder vollgestopft sein mit euren Leveln. Ja. Ich hatte wahrscheinlich selber einfach nur schlechte Laune und so weiter. Und habe das dann irgendwie auf was anderes produzieren wollen. Nein, Mario Maker, der nächste Part. Wieder mit euren Leveln. Ich habe mir auch wieder die IDs, die ich da, ähm, verworfen hatte, wieder rausgepickt. Und keine Sorge, dass wir geil werden. Ich weiß ja jetzt ungefähr, was für Level mich erwarten. Nicht alle, weil einer, oder... Ich glaube, ich weiß gerade nicht, wie du heiß. Samsel LP oder so ähnlich. Du hast mir auf jeden Fall 5, 6 Level, glaube ich, geschickt. Wow, einfach nur geil. Schick mir ruhig mehrere Level. Ich finde das gut. Kann ich dich schön auf meine Liste packen. Ich muss ja nicht immer alle 5 hintereinander zeigen. Ne, reicht ja, wenn ich so erstmal einspiele. Dann den nächsten dran nehme. Dann vielleicht wieder den. Oder im nächsten Part den anderen Level von ihm. Und so weiter. Aber im nächsten Part, versprochen, geht es weiter mit euren Leveln beim Mario Maker. Ne? Ich war da ein bisschen schlecht drauf. Einfach nur machen. Sorry. Tut mir echt leid. Ist unfair euch gegenüber. Und gehört sich einfach nicht. Macht man nicht. Punkt. Macht man nicht. Ne, macht man nicht. Doch. War Roller. Ne? Was? Gut. Excitebike wollen alle? Ja, Yoshita hat dir auch nichts gegen. Die kleine Japanerin sagt Hurra. Ich wünsche dir viel Glück. Ich hoffe du kannst gewinnen. Also ich hoffe natürlich. Ich werde erster. Guck mal wie nett sie alle sind. Viel Glück, viel Glück. Und Nuni sagt nur. Alles klar. Ich hole das schnellste nach Hause meine Freunde. Schluck auf. Boah, hatte ich gestern. Ich habe mir eine Tüte Bonbons gekauft. Ja. Manchmal habe ich da voll Lust drauf. Hatte ich voll Lust auf Bonbons. Nein. Doch. Ich habe gerade so. Kennst du das? Schnappatmung. Moment. Ich habe mir eine Tüte Bonbons gekauft. Bei den Supermarkten meines Vertrauens. Lidl. Lidl bezahlt mich dafür. Lidl. Lidl. Geht alle bei Lidl. Einkauf Lidl. Super toll. Manche jetzt. Und habe mir dann ein paar Bonbons gegönnt. Und habe dann einfach mal so 20 gegessen. Und auf einmal hatte ich so richtig ekligen Schluck auf. Kennt ihr das so Schluck auf, der schon wehtut? Ja. Hatte ich. Das war Blöde. Würdest du Fernsehen gucken? Beziehungsweise. Ah. Serie gucken. Weil wir gucken ja klassisch eigentlich gar kein Fernsehen. Und dann hat sie ganz so übelst nervigen Schluck auf. Und das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte. Ich habe vorher auch gut gegessen. Es gab selbstgemachtes Güras mit Pommes und Tzatziki. Und Zwiebeln. So eine halbe Zwiebel habe ich natürlich drauf geklatscht. Muss einfach sein. Gibt nichts Geileres. Das Einzige, was irgendwie ein bisschen gefehlt hat, war Krautsalat. Ich liebe Krautsalat, meine Freunde. Ah. Zumindest mit Güras. So kann ich dann nicht essen. Aber das ist schon ziemlich lecker. Und Tim Tendo. Moment. Produkt. Ah. Zu spät. Aber knapp. Aber knapp. Habe ich den getroffen? Wo ist der denn hin? Boah. Ist der weit vorne. Wie hast du das denn auf einmal gemacht? Du bist ja voll der Flitzer. Der Flitzer. Wie beim Fußballfeld. Nur anders. Boah. Das war knapp. Mhm. Ja. Die hieb ich mir jetzt erstmal auf. Das ist glaube ich besser. Ja. Und auf jeden Fall, weil der Schluck auch dann immer noch weg war. Ich wurde ja auch sauer dann. Geht ja gar nicht. So. Treffen wir ihn vielleicht? Ne. Schon zu langsam die Green Shells. Boah. Ist der rasant hier unterwegs, ey. Alter Schwede. Okay. Jetzt gibt mal eine Wunde. Acht. Was ich. Was ich mal einbilde. Was ich haben wollen würde, ne? Schaffe ich das? Das schaffe ich sonst nie? Ja. Okay. Selbst mit drei Panzern kommen wir nicht nach vorne. Tim springt nur. Er denkt sich auch so. Ne. Karius langsam. Komm hier. Ein heißes Duell. Ein heißes Duell. Ich muss vielleicht auch mal mehr Münzen haben. Er hat bestimmt seine 10. Deswegen ist er viel schneller. Ich glaube Motorräder sind sowieso immer in der Höchstgeschwindigkeit. Ein bisschen schneller als meine Bolide hier. Ich habe aber auch jetzt 8. Okay. Was hat der als Item? Der hat nur Münzen, oder? Okay. Meine Chance. Komm, komm. Ja. Oh mein Gott. Das tut mir so leid für dich. Das tut mir echt sorry. Es tut mir so leid. Aber ich finde es gerade so geil. Ich finde es gerade so cool. Backspamming. Ne. Das wäre jetzt assi. Das machen wir nicht. Ist ja ein Abonnent. Also machen wir das nicht. Ist ja gemein. Ist ja gemein. Ja. Sorry Tim. Bin nochmal Zweiter geworden. Cooles Kopf an Kopf hin zum Ende. War interessant. Gut. Der Part ist hier immer wieder zu Ende. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wie gesagt. Der Livestream wird als was richtig richtig Gutes. Ich bin richtig gespannt. Wie viele da mitmachen werden und so weiter. Schaltet auf jeden Fall ein. Link dazu in der Videobeschreibung. Mein Name ist Silinkario. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde sagen. Denkt an den blauen Daumen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick meine Freunde. Macht's gut. Ciao.